Hey Dean, der Linehouse! Hoffentlich werden nur meine Hand... Ab, 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 ab auf! Ab, ab, ab! Ab, ab, ab! Ab, ab, ab! Ab, 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 ab! So this is the German part. If you're English, please skip to the time mark. That's in the description. Moin, Freunde! Dean hier. Leider noch ein wenig erkeletet, deswegen werde ich das ganze zwischendurch cuten müssen wenn ich huste. Ja, wir befinden uns in der Free Intro Season 2. Es gab schon die erste Free Intro Season, wie ja viele von euch wissen. Die hatte eingeschlagen wie eine Bombe, 363 Aufträge. Wir konnten leider auch nicht alle bearbeiten. Und ja, jetzt sind wir hier mit einem mehr im Gepäck. Leider nicht mehr mit Neon, das hat leider nicht so viel Zeit. Und ja, wir sind hier auf alle Fälle mit der Free Intro Season 2, für die ihr euch anmelden könnt. Und englische wie auch deutsche Version. Ja, ich weiß, mein Englisch ist leider nicht so gut, nur schulenglisch, deswegen bitte verzeiht mir da. Jo, auf alle Fälle, wo fange ich an? Ja, also ihr findet halt in der Beschreibung unten einen Link, wo ihr halt hier euren Namen eintragen könnt. Und eine Idee von eurem Intro, falls ihr eine habt, wie das Ganze aussehen sollte. Ob wir die annehmen, liegt bei uns, aber wenn wir momentan keine Ideen haben, werden wir sicherlich darauf zurückgreifen. Ähm, wir kommen noch ganz kurz zu den Kontaktinformationen. Ähm, as.fm ist das einzige Netzwerk momentan, wo ich wirklich aktiv online bin. Instagram bin ich fast tot, Skype habe ich so gut wie nie offen. Und as.fm ist eigentlich so weit das Einzige. Dort könnt ihr dann nachfragen, nach allem Möglichen, wo ihr steht und so. Und ich werde euch da dann auch eine Stelleantwort geben. Registrieren müsst ihr euch nicht, okay. Das ist da komplett frei, ne. Aber es, äh, lohnt sich halt, weil ich da dann zwischendurch meine Ideen reinschreibe und wer dann da so ein Intro haben will. Beispielsweise, ich werde jetzt eins machen mit einer Explosion, dies, das, eine Welt zerbricht. Dann könnt ihr einfach mir dann nochmal so eine Gegenfrage stellen. Ja, ich hätte gern das Intro. Wird zuerst kommen, halt zuerst, ne. So. Wollt ihr irgendwie mit uns in Kontakt bleiben? Ähm, und wenn wir grad euer Intro machen, das heißt, ihr habt euch relativ zügig registriert und, ähm, ja. Auf alle Fälle, wir machen eine neue Intro. Dann, ähm, wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt bleiben wollt, dann kommt bitte auf unseren Teamspeak, okay. Wir sind da wirklich immer online, wenn wir irgendwie da sind. Momentan ist keiner da, wir haben 12 Uhr, wir haben einen Freitag. Da ich krank bin, bin ich ja momentan hier. Ihr seht hier auch in Mana, die Free Intro Season, alles ein bisschen pixellig gemacht. Wir werden, hier werden noch ein paar Räume dazukommen. Immer meistens hier drinnen chillen, wenn wir irgendwas machen. Aber ansonsten sind wir halt am Zocken oder so, ne. Oder am Fippen. Und, ja. Das war's eigentlich schon alles mögliche Grundlegende dazu gesagt. Es gibt wieder Free Intros, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Ähm. Wollt. Also, noch ganz kurz, wenn ihr das hier einschickt. Wir werden dann hier diese Tabelle haben, ne. Ja. Solltet ihr diese Tabelle 200 Aufträge erreichen, werden wir die erstmal kurz kappen und aussortieren. Ob da nicht wieder irgendein Müll bei ist, so wie das letzte Mal. So wie wir es da dann auch gemacht haben. Die IP, hier nochmal eingeblendet, findet ihr auch hier unten drunter. Wenn ihr Fragen habt, Fragen hier reinstellen. Ansonsten. Ja. Kann ich dazu eigentlich nichts mehr sagen, ne. Ich hoffe mal, ihr bekommt neue Intro, so wie ihr das Ganze haben wollt. Und ja, Leute. Dann haut rein. Hallo Leute, willkommen zu der englisch Partie des Video. Ich habe nur Scholenglisch, okay. Ähm. Von Klasse 10. Ähm. Aber es ist noch sehr hart. So. PLEASE. Don't flame, okay. So we are back with the Fizz 2. And we are now, instead of two persons, three persons. But, uh, a third person has some issues with the specie. So. In the description you will find a Google Docs document, where you can enter your name. Your idea of the intro, if you have one. If we don't have an idea, then we will take yours. You know, but, um, it's still on us, if we take the idea or not. Okay. If you want a specific color, you can also type it in. So, here we have now the contact slash informations tab. So, um, you really want to know where you are in the order list. And when we are creating your intro, you can go to ask.fm slash dean9211 and create a free account, or just ask a question. But, if you don't create an account, you will not get no assist when I answer your question. Okay. So. I know there is a lot of German in here, but I also can here answer any English. So, everything fine. And we also have a TeamSpeak 3. Okay. Server. So, if you come in here and you tell us that you are English, we will speak English with you. Everything fine. We will be chilling here in these channels, but there will be two more. So, 2 for C4D and 2 for AE. Everything fine. And if we are not in here, we are probably playing League of Legends, or just chilling AFK, jerking off. I don't know. So, again, I am very sorry for my bad English. Okay. So, please don't flame. You heard it all. See you. Untertitelung des ZDF, 2020